Die Stimmung, sie ist zu stark. Das ist mehr als er sieht. Ich lasse es krachen. Ich zaufe es. Mag es nicht. Röckchen. Moment, was? Moment, was? Es ist, ist ihr doch mal so weit. Spreng ihr mit den Staten Russias. So funktioniert der Tauber, aber nicht. Aber was ist mit den Wahlen? Ich bin Umweltschützer. Oh. Was ist denn, woher? Ozean, wir sehen uns in der Hölle. Ich würde ziemlich tot. Er hat zum Surfen-Pilz-Gefährte. Der schändliche Ozean wurde endlich besiegt. Unsere feind ausgearbeitete Story voller spannender Charaktere geht weiter. Ah, ich fühle mich verarscht. Einerseits muss ich verdammt weit laufen. Andererseits erspare ich mir Skobhut. Unterm Strich ein Gewinn. Das gute Schiff Balsanje hat ihre letzte Fahrt hinter sich. Ruhe in Frieden, gutes Mädchen. Ruhe in Frieden. Hm. Wenn der gesamte Ozean weg ist, können wir dann nicht einfach zur Pyramide des Dragonlords laufen? Oh, ja, aber sowas von. Aber, auch wenn da kein Wasser mehr ist, lauern immer noch leicht feuchte Gefahren aus. Die Königin macht ihre Sprünge auf dem Schiff-Regenbogen im Himmel. Mit nem Wippern kämpfen? Badass. Einen Dragonlord besiegen? Super-Badass. Über Schiff-Gefühle reden? Haha. Badass-er geht es überhaupt nicht. Wir haben allen Ernstes den Schnurz hier an den Sprein geharrt. Das ist heute ein schnasser Tag in der Hölle. Oh. Tischer. Uh. Oh, wir sind nicht recht. In meiner Stadt lasse ich keine dämonischen Symbole zu. Ey. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Stadt mit diesem Unsinn verschandelst. En Garde. Wer hat das gesagt? Du da. Hör sofort damit auf. Dafür verpasse ich dir ein paar ordentliche Tritte. Nein. Ja? Wo sind die Dritte? Komme ich die noch? Bevor ich mir meinen weiteren Rucksackplatz gönne, den ich hoffentlich das Geld habe, wo ich nicht nachgeschaut habe, ob ich das Geld habe. Rucksackplätze. Habe ich das Geld? Gut, gut, gut. Gut, gut, gut.